Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal zusammen mit Shadowghost und heute machen wir mal wieder ein Superhelden-Pvp-Battle. Shadowghost ist gut in PvP im Gegensatz zu Klumpi, der scheiße in PvP ist. Ich denke, Shadowghost ist ein richtig guter Gegner. Was sagst du dazu? Warum sagst du nichts? Weil ich Nein sage. Okay. Auf jeden Fall, wir drücken hier drauf für alle, die es nicht kennen und dann wird hier ein random Superheld uns gedroppt und mit dem müssen wir halt dann spielen. Und dann drückt er drauf, dann bekommt er halt einen und dann müssen wir halt gegen einen dann kämpfen mit dem bekommenden Superheld. Ja, bist du bereit? Ja. Drückst du oder ich zuerst? Mach du. Okay. Shazam feiere ich auf jeden Fall. Der war gestern im Battle. Schon mega stark. Wir sind noch im Game-Mode. So, Leute, jetzt sind wir auch nicht mehr im Game-Mode und ähm... Was war das gerade? Schön. Ich hab Ant-Man bekommen. Guck mal. Ant-Man. Warum nimmst du dann Spider-Man seine Haube? Du Spider-Man mal wieder rein. Okay, ähm, warte. So, Leute, ähm, du guckst gerade eben noch, was deiner so kann. Meiner kann das hier. Okay, stell mal vor, was deiner alles kann. Also, ich kann mich... Ich kann mich kleiner machen. Okay. Aber ich kann mich auch größer machen. Oh, krass. Jetzt zeige ich dir mal, was meiner kann. Meiner kann fliegen. Meiner kann, äh, so Blitze schießen. Und meiner kann, ähm, mit so Superspeed rumrennen. Jetzt nicht so schnell wie Flash oder so, aber es geht. Es ist schon schnell. Tja. Aber die Animation... Die Animation sieht fresh aus. Und die ist hier richtig krass aus, Spass. Ähm, bist du bereit für den Kampf? Ich hab mal so Slow Falling, ne? Bist du bereit? Ja. Weil, je größer du bist, desto mehr Damage machst du. Okay, 3, 2, 1, los. Junge, ich schlag vor langsam. Ich hab ja keine Chance. Du, ja, du hast voll die Range. Ich kann mich nicht mehr hoch machen. 1-0 für mich. So, Leute. Damit kommen wir jetzt auch gleich mal zur zweiten Runde. Und zwar diesmal, Shredderos. Darfst du natürlich zuerst drücken. Und, ähm, ja, drück mal drauf. Mysterio. Ja, ist... Ist in Ordnung, sagen wir es so. Er holt gerade ihm seine Sachen aus. Wir drücken und bekommen... Hä? Deadpool. Deadpool. Ja. Wir haben keine Mysterio-Rustung. Wir drücken Alt. Hier, wir können leider nur die Katanas, weil... Hier haben wir einfach keine Muni. Keine Augenbrauen. Ich hab keine... Es gibt keine Mysterio-Rustung. Doch, hier in der anderen Kiste. Mysterio. Okay, du siehst krass aus. Zeig mal, was du kannst. Schön. Okay, mit einer Hand. Also ein Große und zwei Kleine. Was kannst du noch? Nein, blind. Ah, jetzt bin ich so, ähm, blind. Und dann kann ich noch das hier... Äh, warte. Oh mein Gott, ich bin doof. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab noch eins. Ah. Egal. Auf jeden Fall, äh, ich hab einfach nur solche zwei Schwerter. Eigentlich hab ich auch noch ne Knarre, aber für die hab ich keine Munition. Ähm. Ja, und ich regeneriere enorm schnell. Und ja. Drei, zwei, eins, go. Actually, du machst mir halt fast gar kein Damage. Mach ich dir Damage? Dies tust du? Was? Dies tust du? Komm, machen wir ohne abhauen, okay? Ich hau nicht ab. Doch, du haust ab. Bist du mich verarschen? Das kannst du unendlich lang machen, oder was? Ich dachte, wir machen ohne abhauen. Ich hau nicht ab. Oh mein Gott. Das tue ich. Danke. 2 zu 0. Ähm, geh gerne deine Sachen da unten rausholen. Das ist doch toll. Oh, die schlechte... Also wirklich, der war voll schlechter gefühl. Gar keinen Schaden gemacht, bestimmt. Der hat mir Schaden gemacht, aber ich, ähm... Ich mach mal kurz ohne Regeneration bei dir probieren, okay? Ja, aber ich hab automatisch Regeneration mit meiner Rüstung. Ja, aber mach mal ohne Rüstung. Ich mach mal kurz gucken, ob das für die 4 Schaden macht. Ja, zwei Herzen. Und warte, jetzt mach ich mal Change Beam. Okay, direkt. Also, der war schon stark, aber gegen Deadpool konnte gar nichts ausrichten. Ja, aber ich hatte halt, ähm, instantly Regeneration. Was war deins für ein Tier? Ähm, Tier 5. Bei mir war es 3. Gut. Und 2. Das ist halt schon ein Unterschied. Wie viele Tag Teamage hatte dein Katrona? Äh, 6. Und er hat sich die ganze Zeit pro Sekunde mit zweimal drauf, also 12. Ähm, ja, soll ich drücken? Weil du hast gerade zuerst gedrückt, dann drück ich jetzt. Und ich bekomme Iron Man. Strong. Und du bekommst? Manta, auch strong. Manta, Manta. Ich habe auch Ivis, wie aktiviere ich? Black Mantas. Hold, shift. Ah ne, Black Mantas und Black Panthers. Ah, okay. War da. Sentry Mode. Guck mal. Yo! Toll. Ah, ich kann fliegen. Hold. Wow. Ich bin bereit. Aber warte, ich muss noch kurz reingehen. Hey, wie aktiviere ich das? Ey, du bist jetzt der... Ähm, okay. Oh Gott. So. Fangen wir an? Ja. Go. Schwül, das sieht voll krass aus. Das geht leider nicht. Lass mal wieder auf den Boden gehen. Bär, bär. Junge, bei dir ist das Sound, den man hört, wenn du läufst. Nein, das ist bei dir. Bei mir? Stimmt. Nein, da kann man in Super-Elt nicht so viel. Warte, ich will mir das kurz durchlesen. Nennt. Vollresisten Sprint-Speed. Ich glaube, da hat Manta vielleicht... Oh mein, go! Komm her! Wo bist du? Ach, da! Okay, komm, Boden! Oh, hast du so gute Regeneration? Ich glaube, ich werde jetzt schon wieder für das Zeit. Hast du Regeneration? Nein! Oh, zweieinhalb Herzen hatte ich. Aber ich habe auch, weil ich volles Set habe und diese Mark-Dings-ter-bums, habe ich auch, ähm, verliere ich, äh, mehr, halt dich mehr aus. Stehst du? Aber Iron Man auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Superheld. Oh, ich hätte gerne Iron Man gehabt. Die Flug, äh, wie er fliegt, das sieht auch richtig geil aus. Ähm, du darfst wieder drücken. Gut. Geh mal weg! Drück! Drück! Spice! Jetzt kommt es halt darauf an, ob ich Black Panther oder... Dingens kriege. Den kriege ich, Black Panther? Ich hätte mir, glaube ich, lieber, ähm, Dingens gewünscht. Aber du kannst bis halt, ähm, ich habe meine Klauen aktiviert. Okay, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, los! Ja. Drei, zwei, eins, los! Gut. Black Panther ist so schlecht. Ich glaube, das wird mein erstes Ding, was ich gewinne! Yes! Ja, Leute, damit würde ich auch sagen, das war's mit dem Video. Wir haben keine Superhelden mehr. Also hier in unserem Glücksrad Ding, außer halt Captain America. Und ja, Leute, damit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst natürlich wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, ciao! Ciao!